Ja, willst du dich vielleicht mal vorstellen hier? Hallo, ich bin Mia. Aber du wirst ja auch auf einwandlosen. Ja, 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 ja. Mein Aim, Alter! Ich bin der Beste! Ich bin schon wieder tot, dass du alles so schwitzt, aber... Jo Leute, was gesagt, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal! Im heutigen Video werde ich probieren, dass erst mal... zu spielen und wir mal gucken wie das jetzt im gegensatz zum ipad ist weil das ipad ist ja viel größer und das handy ist wirklich nur so klein hier und mein handy ist halt auch schon komplett kaputt wie man sehen kann deswegen will ich mal gucken wie es zu bauen zu aimen und so weiter im übrigens sieht wahrscheinlich aus wie rausgepiepen werden muss deswegen konntet ihr es eh nicht hören aber so sehe ich aus weil es zwei um nachts ist und es besser zu tun habe als video aufzunehmen und wenn euch der kontakt auf dem kanal gefällt dann könnt ihr gerne ein like und ein abo hier auf dem kanal da lassen und wenn ihr mich noch mehr supporten wollt gerne mein supported creator code einfach nur shanti im item shop eingeben das hier ist by the way der neue shop der skin ist eigentlich ich würde sagen ich mache jetzt auf jeden fall erst mal ein 1 gegen 1 gegen mir im kreativ danach werden wir wahrscheinlich in der public runde gehen und gerne da vorkommen wie gut ich bauen die ich hier und so weiter kann das noch mal relativ nice auf jeden fall das handy hat auch 60 fps wie mein ipad ja willst du dich vielleicht vorstellen hier für die leute die gerade das video gucken wer du überhaupt bist was du hier machst hallo ich finde mir also das ist mir und die porsche ich habe meine mutter kürzer an der stelle gehen raus an meine mutter weil ich wegen ihr mit dem urlaub musste und das video siehst du musst mich nicht fragen auch was mit mir läuft weil du mich das eh fragen würdest wenn ich das im video nicht sagen würde deswegen danke schön jetzt sagen wir gehen dass man die map hier rein oder an diese ganz normale 1 gegen 1 wer von mir aber warte ich erst mal bevor dass das denn das seine du bist wissen nein nein du bist ganz geil das ding ist media findet oben hast und opa süß marlon willst du auch oma so süß warum sie so er will mit den falten und so also okay warte ich die jungs probiert es mal zu bauen dann kann man mal ich werde kurs der edit anmachen weil das soll damit angeht ich einfach sein auf hände irgendwie so macht man so anwenden 290s machen ist ja komplett schwer alter ich gehe die ganze in edit modus ey 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 nein okay wir edit ich jetzt so zack und jetzt crosshair zack crosshair zack 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 ich editiere die ganze zeit aussehen nein es geht nicht ohne ein ps4 ist wieder lauter als jeder staubsauger nein ne alter ja nein das ist dann nur ein ventilator ich kann aber ausmachen mach den aus lieber ok ok sorry ich glaub ich mach crosshair das ding doch lieber aus nicht so wenig für mich okay komm wir machen jetzt ein 1 gegen 1 ok ok x2 mia ist relativ lost aber ich bin halt auch komplett lost auf hände ich bin gar nicht lost gar nicht oder okay ich darf alle spielen du darf nur du darfst nur eine normale fan spielen nur die hier ja ok zack jungs ihr seht jetzt meine hyper edit wow ja mach jetzt ja du kannst das voll alter was du sagst du kannst es voll Ah, wie ich das mache. Egal, mach das. Komm, komm, zack, zack. Ich mache jetzt eins. Ich war nicht bereit. Oh mein Gott, ich habe eins gemacht. Oh mein Gott, ich mache gerade eins. Ich mache gerade ehrlich sein. Ich bin einfach los, es tut mir leid. Wie werde ich jetzt nicht in Folge hate? Egal, das ist auch so, ey. Mein Handy ist ja so heftig. Hast du mich überhaupt gebraucht? Ja, habe ich einmal. Das siehst du doch daran, dass du weniger Leben hast. Sorry, habe ich nicht gemerkt. Ich habe gedacht, du hast... Hallo, du bist... Oh no. Ey, war auch nicht so hoch. Ich finde es so gut. Ja, ich bin gut, oder? Besser als ich. Nein, aber du setzt auch nicht so hoch. Ey, ey, ich bin wieder im Edit-Modus-Job. Ey, das lag. Nein. Ich bin so los. Ja. Aber ich bin los. Das ist unfair. Ich bin auch los. Ja, aber du bist ja auch auf all der Zeit los. Ich habe nicht... Oh Mann. Ich komme. Bist du es runtergefallen? Ja, ich bin gerade runtergefallen. Ehrlich jetzt? Ja. Nein, hast du gebrankt. Oh, es war einfach nicht so... Och Mann. Ja, ja. Ja, 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 ja. Alter, ging nicht. Alter, ging nicht. Soll ich ihm mal meinen Bizeps zeigen? Holy shit, bin ich gut. Okay, komm, noch einer. Ich gehe ganz schön mit Patrick, okay? Ich bin schon auf deinem Niveau. Darf ich das jetzt editieren? Darf ich das editieren? Ja. Das erlaube ich dir jetzt. Komm, ja, komm. Komm, bitte hoch. Aber eben konnte ich... Eben konnte ich... Nein, das kann ich nicht immer. Ja, okay, das war eben... Aber ich kann das voll. Legende. Nix. Du Legende? Ja. Oh, 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 stopp, 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 stopp. Was? Nix. Komm her, komm. Also ich war in der Partys, bin ich einfach nicht mehr... Also bin ich schon, aber... Soll ich dich vertreten vielleicht? Was? Ob ich dich vertreten soll? Soll ich mir ins Gesicht schreien, wenn du da nicht runterkommst? Hallo. Man, du bist ganz runterkommst, ich auch ganz unten. Los. Hättel. Ich hab vorbeigeschossen. Geil, Junge. Wer ist der Beste? Sag, 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 wer ist der Beste? Du bist der Beste. Willst du uns irgendwas sagen über dein Geschlecht? Ich bin die Beste. Willst du uns vielleicht irgendwas über dein Geschlecht sagen, Nia? Du bist der Beste, okay. Komm, wir machen nochmal. Ich hab dir grad... Hallo, ich hab dir grad Chancen gerastet. Willst du dich outen oder so? Es ist okay. Ich hab nichts gegen die Schule. Auch nichts gegen mir. Auch gegen dich hab ich schon ein bisschen was. Auch gegen die Schule. Oha. Ey. Wo bist du denn? Komm doch mal hoch. Wow, also ich griff nicht mal. Ich griff schon, weil ich besseres Aim habe. Mh, 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 mh. Oh mein Gott, wie gut ich grad gebaut hab. Ach, du bist es einfach. Hi. Hi. Hi, the sky. Space taxi. To the sky. Ich griff nicht. Ach, Alter, ich bin ein bisschen weh. Habe ich drüber geschaut? Ey, Alter, ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Du bist nicht der Beste, ich bin einfach nur schlecht. Jeder wird gegen mich gewinnen, außer ich. Bist du bereit, ein bisschen Duos zu spielen? Vergeht nach, zu zerstören. Ich bin... Ich bleib. Ich bin bereit. Ich bin in Form. Ich bin bereit. Ja, ganz genau. Ich bin... Ich bleib. Also, das muss besser kommen. Du musst sagen, ich bin bereit. Ich bin in Form. Ich bin bereit. Ja, ganz genau. Ich bin frei. Ich bin frei. Nein. Ja, okay. Du kannst es an, verstanden. Ich kann so kein Video aufnehmen, um die Uhrzeit ist anders schlimm. Mama von mir, was geht so? Wenn sie das hier sehen, ihre Tochter... Stell dir mal vor, die wird drin. Das wäre echt heftig. Ihre Tochter hat gesagt, sie wird anders. Riecht gut. Ja. Sie sind da fertig und los. Du bist los, Alter. Rede nicht so viel, okay? Okay. Wie redest du eigentlich mit mir? Geht gar nicht viel. Vor allem habe ich viel mehr geredet. Ja, warum redest du jetzt so wenig? Jetzt muss ich mich jetzt zusammenreißen. Ja, na reden. Das kann ich nicht für meinen Opi schwärmen. Dann reden wir lieber mehr. Nein. Alter, das dauert so lange ein bisschen, so eine scheiß Runde reinkommen. Was? Das dauert so ewig, bis ich in so eine Runde drin bin. Ja, bei mir lebst du aber auch noch. Ich bin drin. Ich auch. Ich war früher drin. Nein. Toch. Ich habe es noch nicht gesagt. Nein, Junge, du lügst halt einfach. Komplett lügst du einfach. Das stimmt gar nicht. Natürlich. Nein. Du bist halt so... Oh, mein Eis ist so schön. Guck dir es nochmal an. Junge, weißt du, was da wirklich schön ist? Alles. Spaß. Also, wenn du willst. Ich hätte auch ein Eis. So abkühlen. Nein, fährt bitte einfach auf. Nein? Hä? Junge, wie denkst du, Frau Mia? Komm, wir gehen. Was hast du gedacht, was ich jetzt sage? Wie denkst du von mir? Nix. Nix? Wo möchte ich das gewinnen? Äh, nach Retail, Bro. Aber irgendwo, wo wir nicht zurecht sind. Ja, nach Retail, Bro. Ab nach Retail, Bro. Das macht die Mia froh. Aber du musst jetzt schon alle töten. Eben so. Was? Du musst jetzt dich schon ein bisschen anstrengen. Du spielst auf PS4, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Egal, die sind alle lost. Ist so alle lost. Oh mein Gott. Ich bin alle auf meinem Niveau. Ich hab so lext, ne? Bitte sterb nicht vor Mia. Ich hab so low FPS. Ich muss mein Retail Resolution runtermachen. Ich bin tot. Mia? Oh, meine Sparschett funktioniert nicht. Hallo? 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 Ich bin lost. Du bist gestorben, du Boss. Holy shit, bist du schlecht. Alter, ich hab mich voll getroffen. Ich hab mir 46er gegeben. Safe, safe. Oh, ich hab... Hallo? Hallo? Du warst vor mir tot. Was? Du warst vor mir tot. Du hast mich gerade beleidigt. Hab ich gar nicht. Natürlich hast du. Hab ich gar nicht. Hab ich gar nicht. Das stimmt auch gar nicht. Ich fiege einfach an deinem Skin. Alter, ist schon so spät. Ich hab nur eine Schule. Sag deine Lehrerin, du musstest mit Tante Shanti Video aufnehmen, war wichtiger. Versteht ihr bestimmt. Mhm, bestimmt. Dann seid ich mir schon drin. Ey, ich... Digga, du bist so gemein, ne? Du bist so gemein. Schau mal, ich kann das jetzt so. Oh mein Gott. Ich bin so schlecht, Alter. Holy shit. Verlass doch die. Hallo? Gibt's... Nein, 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 nein. Geh an. Nein, wie geht's heute? Okay. Alter, was ist das für quietschen oder was ist das? Warum quietscht du so fast gesagt? NDR, Chiara. Lass mich doch quietschen. Willst du irgendwen grüßen? Ein Video? Nein. Warum nicht? Wie soll ich ihn grüßen? Ich kann ihn einkrüßen, der wo gestern im Stream war. Okay, grüßchen. Nein, nein, grüßchen nicht. Der Typ war komisch. Ich weiß nicht, wie der heißt. Abi. Abo. Ado. Das tut so weh. Wie hieß der? Er schreibt dich so an. Er schreibt dich so an, will dich so klären. Und du sagst dir, du weißt nicht, wie er heißt. Nein, du machst das ja raus. Nein, es kommt eh rein. Nein. Ich guck, oder schneidest du rein? 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 Ich guck. Ach, von dem hab ich ein Video geliked. Ich glaube ich. Das ist das Neueste. Ja. Warte. Ich bin schon wieder tot, dass da alles so schwitzt. Die schwitzen alle so. Okay, Jungs, an der Stelle, wenn ich euch das Video gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo auf dem Kanal da. Willst du noch irgendwas sagen, Mia? Nein. Perfekt. Folgt mir auf Instagram. Ich guck, oder schneidest du rein?